Trauma-bedingter Mutismus, also Sprachlosigkeit. Wenn mir wortwörtlich die Sprache verschlägt, kann ich dann nie mehr sprechen? Ist es nur bei Therapeuten, wenn ich dort in der Sitzung bin? Oder ist es auch dann später in meinem Privatleben? All das erfährt ihr aus diesem Video. Ich heiße Gabriela, bin psychologische Beraterin, Business Coach und spezialisiert auf Entwicklungstrauma und KPTBS, Körpertherapeutin und Yoga-Lehrerin. Und jetzt freue mich auf euch. Ja, was ist Sprachlosigkeit? Sprachlosigkeit ist eigentlich eine Sprechblockade, was durch cognitive Einschränkung entsteht. Und durch Logopäden werden zweierlei Sprachlosigkeiten, beziehungsweise es wird Mutismus genannt, unterschieden. Ein totaler Mutismus, wo man ja sozusagen durchweg nicht spricht und nicht kann. Und es gibt ein sogenannter selektiver Mutismus. Und das ist eben, welcher unter anderem durch Trauma als Traumafolge entsteht. Wir müssen auch vermerken, dass gerade Logopäden bis heute diesen selektiven Mutismus nicht richtig anerkennen. Und es gibt auch viele, viele Berichte, wo es uns klar wird, dass heute gerade nach den Ursachen von diesem selektiven Mutismus nicht richtig geforscht wird. Und die Logopäden letztendlich nicht auf formuläre Umfeld oder Bezugspersonen hinweisen. Unter Sprachtherapeuten besteht aber mittlerweile eine Einigkeit, dass diese selektive Sprachlosigkeit häufig eben von anderen Verhaltensauffälligkeiten, wie Angststörungen oder Anpassungsstörungen, Belastungsstörungen, Depressionen oder Schlaf- und Essstörungen begleitet werden. Und das ist ja letztes Endes, naja, Psychotrauma-Folgen von seelischen, körperlichen, sexualisierten oder eben vernachlässigenden Missbrauch. Was hierbei aber entscheidend ist, dass es letztes Endes keine bleibende Krankheit ist, sondern ist eine vorübergehend entstandene Nichtfähigkeit vom Sprechen. Da es in dieser Zeit keine degenerative Veränderungen, organisch auch, also im Gehirn geht ja nichts kaputt, erfolgen, so wird dann diese Unfähigkeit vom Sprechen auch der Zeit aufgelöst. Heute gegenwärtig sind keine direkten Ursachen bekannt, aber man weiß, dass es dreierlei Faktoren hier mit einer ganz großen Rolle spielen. Und zwar, die ersten sind psychologische Natur, das heißt, dass man unterschiedliche Problemlösungsmechanismen hat. Also je nachdem, welche Einflüsse während Erziehung und Konditionierungsvorgänge man mitgenommen hat, wendet man auch verschiedene Möglichkeiten und Strategien dazu an, wie man mit auch belastenden Situationen wie Traumata eben umgeht. Und wir wissen, manche können eben diese Erlebnisse nach außen tragen, vielleicht auch zum Teil in einer ganz extremen Form und manche lösen das für sich eben anders. Dazu kann auch diese vorübergehende Sprachlosigkeit gehören. Zweite Art von Faktoren sind dann physiologische Natur, also alles, was eben durch unsere körperliche und organische inklusive Epigenetik und eben auch Hirnmechanismen wir mit auf den Weg bekommen haben. Unter anderem, wie funktioniert denn Amygdala oder gibt es denn eben der Familie vielleicht psychiatrische Erkrankungen oder gab es vielleicht Entwicklungsstörungen und in der Familie vererbte Krankheiten? Dritte Ursache ist eigentlich die gegenseitige Ergänzung von diesen zwei erwähnten Faktoren. Und sozusagen in Wechselwirkung all diesen Aspekten entsteht dann die Sprachlosigkeit. Wir können das jetzt auch eben aus psychologischer beziehungsweise neurobiologischer Sicht betrachten, wo wir bereits viele Erkenntnisse darüber haben, dass Sprachlosigkeit zu strukturellen Dissoziationen gehört. Das heißt, was passiert, wenn ich zum Beispiel eben im Rahmen Therapie diese Sprachlosigkeit plötzlich habe? Wie kann ich das überwinden? Ja, was passiert da genau? Also man versucht eben über die traumatisierenden Erfahrungen zu berichten. Und diese traumatisierenden Erfahrungen, die triggern uns und leiten uns dazu, dass wir in der Dissoziation flüchten. Also diese Sprachlosigkeit ist letztendlich immer traumabedingt. Das heißt, dass in der Regel auch nur immer dann diese Sprachlosigkeit ja mich überfällt, wenn ich über das Trauma selbst reden soll. Und deshalb ist das strukturell, weil ich sozusagen ja im Zusammenhang zu diesem Trauma aus der Vergangenheit habe ich sozusagen diese Sprechblockade in der Persönlichkeit abgespeichert. Also das gehört dann zu einem Ego-State, nennt man das. Das kennt ihr wahrscheinlich schon mehr. Und das ist so verankert. Und man vermutet, dass im Gehirn sozusagen ein gewisser Gehirnareal, welches als motorisches Sprachzentrum funktioniert, wird aber eben im Zusammenhang mit dieser psychischen Traumatisierung dann unterdrückt. Und deshalb wird schwierig plötzlich das mit dem Sprechen. Es gibt ja mittlerweile auch schon, ich weiß gar nicht, ob das MRT oder RCT-Untersuchung, aber es gibt ja schon eben Nachweise, wo sie ja zum Beispiel bei Flashbacks das dann auch im Gehirn also bildgebend nachgewiesen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das verändern? Dann was kann ich tun, dass es löst? Weil ja jede Therapie auch, also zumindest wenn es ja Sprechtherapie ist, dann macht ja Sinn, dass man dort eben redet. Ansonsten wird es schwierig sein, sowohl ein Austausch als auch eine Entwicklung. Und dennoch ist es so, dass man mit Geduld herangehen kann. Also einen Druck hier auszuüben, weder von außen, dass auf den Patienten Druck ausgeübt wird, oder dass man sich selbst irgendwie Druck aufbaut, das bewirkt gar keinen Fortschritt, sondern genau umgekehrt. Weil dadurch verändere ich natürlich auch meine innere Anspannung, unser Stresslevel und füge ich ja selbst und erneut zusätzliche Stressreize meinem Gehirn zu, was natürlich schadet, weil ich bin ja durch die Traumatisierung sowieso schon unter Dauerstress. Im ersten Schritt, wenn es ja um Stabilisierung geht oder auch schon vielleicht um Intervention, aber es geht darum, dass man versucht, die damaligen Erlebnisse, wenn man nach außen fördern möchte, durch andere Wege das zu tun. Und deshalb ist es so heilsam, wenn man Körpertherapie mit dazu nimmt oder wenn man Yoga macht, traumasensitives Yoga zum Beispiel. Und das wäre auf Körperebene. Es gibt auch die Ebene von Malen, also im Sinne oder im Rahmen Ergotherapie oder auch Kunsttherapie. Da werden ja eben die innerlichen Erlebnisse und Zustände mit Farben, mit Formen nach außen getragen. Und das würde ich dann bevorzugen. Es kann auch andere Sinneswahrnehmungsebenen noch mitnehmen, wie auch zum Beispiel das Hören. Also wir reagieren auch manchmal auf Musik, welche uns entspannt. Wir könnten aber eben diese Traumaerlebnisse auch durch Musik ausdrücken. Also wenn ich nicht in Worte fassen kann, könnte man, kann ich mir vorstellen, so ein Musikstück mitbringen und abspielen lassen, welches diese traumatisierende Erfahrung sozusagen wieder gibt. Achten ist immer darauf, dass eine Retraumatisierung natürlich nahe liegt. Wenn die Selbstregulierung wieder so weit hergestellt ist, dass ich hier weiß, wann es genug ist, dann ist das vielleicht auch machbar. Aber ich möchte ja nicht in Therapiestunden hier eingreifen, sondern einfach nur Empfehlungen vielleicht zeigen und euch dazu ermutigen, die Geduld zu haben mit euch und ganz, ganz, ja, selbstfürsorgend und voller Selbstliebe die Erfahrungen dann aufarbeiten. Ich denke, das kenne ich ja von mir selbst, dass man häufig auch Befürchtungen bei der Auseinandersetzung eben mit dem Trauma hat. Deshalb ist es wirklich, ja, hilfreich, wenn man regelmäßig Entspannungsübungen oder traumasensitive Meditationen macht, damit diese Befürchtungen nicht zu Ängste werden. Und jetzt noch zu meiner persönlichen Geschichte. Ich habe so einen selektiven Mutismus an einem Kleinkind erlebt. Das war nicht ich selbst. Er war mein Ziehsohn, noch im Allgäu. Und als das alles passiert war, da war er, ich glaube, 20 Monate alt, wenn überhaupt. Und ich habe es damals mitbekommen, als die Mutter eben das Kind im Foyer, ja, sozusagen in der Luft durch den Raum geschmissen hat, zu einer anderen Person. Und das Kind war beinahe auch auf den Boden gefallen. Und dieses Kind hat danach aufgehört mit der Sprachentwicklung. Das heißt, dass er praktisch gar nicht oder wirklich nur lauter gesprochen hat. Und es hat fast zwei Jahre gedauert, bis er dann ganz langsam angefangen hat, ja, wieder zu reden, beziehungsweise überhaupt reden lernen. Und ja, durch solche Traumatisierungen sind bei den Kindern dann genauso solche Ausfälle. Zum Glück war das nicht irgendwie, ja, verbleibende Schaden. Und war ganz, ganz schlimm zuzusehen, wie diesem Kind in dieser Zeit auch ergangen war. Man verliert halt auch das Vertrauen. Man hat ihm ja angesehen, dass sein Grundvertrauen in das Leben und in den Menschen wirklich erschüttert war und brauchte ganz, ganz viel Geborgenheit und, ja, auch körperlicher Wärme. Aber er hat es gepackt und ich weiß, dass er heute, oh, ich glaube, 19 Jahre alt ist. Also, es geht ihm mittlerweile gut, beziehungsweise sehr erwachsen. Und diese Sprachlosigkeit von damals hat wirklich gar keine Auswirkungen mehr. Ja, ich wünsche euch heute am Tag noch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder einfach, ja, Erfahrungsberichte noch, auch zu diesem Thema oder anderen habt, dann stellt bitte diese Fragen und lasst uns in den Austausch gehen. Alles, alles Liebe und Tschüss.